Er hat sehr gut analysiert, ich werde sicher nicht mit meinem Deutsch so gut analysiert, aber ja, ich bin zufrieden, dass wir in der nächsten Runde Rösser gespielt haben für Paderborn, was sie heute hier gemacht haben, auch in Freiburg. Für uns war es ein gefährliches Spiel. Wir sind im Pokal, wir sehen jede Runde Rösser überraschen, wir müssen bereit sein. Und ja, wir konnten das dritte Tor ein bisschen früher schießen, in der zweiten Halbzeit, so nach dem Tor von Paderborn, sie haben gebraucht, aber sie hatten Hoffnung für eine Chance. Und ja, genug Chance, wir haben in der letzten dritten so schnell gespielt, nicht entscheidend, der richtigen Pass, aber das Wichtigste ist in der nächsten Runde. Und jetzt fokussieren für Sonntag. Es gibt auch St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und andere, Hamburg oder Hertha. Und viele spielen das, ich sehe viele, zweite Bundesliga und ich sehe die Qualität. So für mich, es ist egal, in welcher Division sie spielen, sie spielen guten Fußball. So, Pokal ist, es ist ein anderer Wettbewerb. Denn die Hoffnung für eine Mannschaft kann anderer sein, von der Dynamik der Bundesliga. So, wir warten die Auslösung. Und wir sind in einer Schrift in der Nähe, das Finale zu erreichen. Und das war der Ziel und wir warten.